Sie ist Germany's Next Topmodel. Sie ist Moderatorin von Austria's Next Topmodel. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu Austria's Next Topmodel. Und sie ist der Coverstar der neuen Woman-Ausgabe. Acht Uhr, Fotoshooting, Wien. Schuhe, Schmuck und neun verschiedene Outfits. Ein langer Tag für Lena und das Team. Das ist aber nicht das erste Mal, dass Lena für Woman shootet. Wir hatten das Vergnügen, schon letztes Jahr mal eine große Fotogeschichte mit ihr zu fotografieren. Auch aus Anlass der ersten Staffel. Und sie ist ein extrem professionelles Mädchen. Sie schaut natürlich wunderschön aus. Und sie ist so ein jugendlicher, frischer, aber auch sehr eigenwilliger Typ, was ich ja sehr gern mag. Beste Voraussetzungen also. Und die lange Arbeit macht sich auch bezahlt. Sexy Fotos. Aber was frühstückt ein Model wie Lena, bevor es mit so einem Shooting losgeht? Frühstückszeit ist bei mir die böseste Zeit, weil ich morgens nichts anderes als Süßes essen kann. Also ich kann zum Beispiel morgens noch keine Eier essen oder auch noch kein richtiges Brot. Also ich esse morgens gerne Croissants oder irgendwie Kuchen oder Cornflakes. Ich versuche morgens ein bisschen Joghurt mit Früchten zu essen oder so. Aber es fällt mir ziemlich schwer, weil ich mag wirklich dieses Süße nur morgens. Süßes Frühstück für viel Energie. Und die braucht Lena auch. Verführerisch elegant im roten Kleid oder sexy wild im schwarzen Outfit. Lena macht das Shooting sichtlich Spaß. Umso mehr wird sie auch das Modeln während Austria's Next Topmodel vermissen. Mir fehlt das Modeln total. Wirklich, ja. Ich stehe halt unglaublich gern auch vor einer Fotokamera, ja. Und wenn ich die Mädchen da letztes Jahr immer gesehen habe, wo sie posieren und machen, und da möchte ich am liebsten mit reinstricken und auch fotografiert werden. Und das macht mir schon unglaublich viel Spaß. Und ich vermisse das schon so ein bisschen zwischendurch, ja. Aber auch die Suche nach Austria's Next Topmodel macht Lena heuer wieder richtig Spaß. Ich bin total begeistert. Also ich muss sagen, wir haben dieses Jahr echt super Mädchen. Es haben sicher viel mehr Mädchen beworben als letztes Jahr. Und das freut mich total, weil die Sendung gut angekommen ist und weil wir natürlich auch wieder jemand Neues finden wollen, der all das repräsentieren kann, wofür Austria's Next Topmodel steht. Mit Larissa als Vorgängerin gilt es, in große Fußstapfen zu treten. Denn Austria's Next Topmodel soll nicht nur schön sein. Es geht auch darum, wer hat die meiste Ausstrahlung, wer kann sich gut präsentieren, wer hat aber auch hinter der Fassade vielleicht Wesenszüge, die spannend sind, die zum Nachdenken anregen, wo man auch ein bisschen was über die Persönlichkeit erfährt. Mit Ausstrahlung verzaubert uns auch Topmodel Lena Gerke. Zu sehen ist sie nicht nur am Cover der Woman, sondern auch am 25. November um 20.15 Uhr auf Puls4. Wenn es wieder heißt, wer wird Austria's Next Topmodel? Mariner Gerke. Hur Untertitelung des ZDF für funk, 2017